Hey Leute, willkommen bei Hogwarts Legacy. Wir gehen weiter zum nächsten Merlin-Rätsel, das sich hier oben befindet. Und schau mal, wie weit wir kommen auf der Karte. Also heute wirklich nur wieder Kartenaufgaben. Spinnen. Spinnen. Warum müssen wir den Spinnen folgen? Warum können wir nicht den Schmetterling folgen? Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Kannst du hier auch? Und wieder? Ah, Kugel. Irgendwo muss eine Kugel sein. Kugel, Kugel. Putti, 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 Putti. Wo bist du, Kugel? So weit oben. Tröte pflanzen. Nö. So weit oben nicht. Kugelchen. Hier ist jemand. Was für eine Zeitverschwendung. Levioso. Äh. Äh, ist das im Lager? Akio kann bleiben. Bombarda und Confrenco nehmen wir dazu. Scheiße, das ist bestimmt da oben. Reveilio. Komm, bring. Nein, nein, nein. Jetzt hör doch auf, immer das an zu visieren, Mensch. Du doofen Nuss. Der geht doch voll daneben. Ich mach hier voll den Krach. Interessiert keinen. Oh. Oh. Äh. Reveilio. Nein, nein, nein. Ich will Confringo wieder haben. Akio und Confringo. Confringo. Weil das Gibt doch nur einen kleinen Stoß. Damit geht gar nichts. Oh Gott, wenn ich jetzt mit der Fulsa drauf hau. Jetzt stimmt's, oder? Jetzt stimmt's. Wenn jemand Ärger sucht, will ich auch so. Echt jetzt? Echt jetzt? Wo kann ich mich hin porten? Da kann ich mich hin porten. In der Hoffnung. Das, um Gottes Willen. Dass Merlin Rätsel vielleicht weiterhin markiert bleibt, damit ich weiß, wo ich hin muss. Aber ich würde den Part sogar neu starten. Das geht einfach nicht, ne? So. Jetzt stellen wir uns gleich gescheit an. Jetzt visiere ich. Confringo. Jetzt versuchen wir ganz langsam in die Richtung. Das sieht besser aus. Weiter so, weiter so, weiter so. So. Ja. 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 Achio. Das ist nix. Dann halt von der Seite Confringo. Und zwar nur Confringo, weil die anderen Zauber zu stark sind und das Ding da drüber hinaus katapultieren. Merlin. Merlin. Du machst mich fertig. Vier Minuten für dein Rätsel. Ich wollte heute noch viel mehr machen in dem Part. Das wird kein guter Schnitt. Spinne. 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 Spuckt mich nicht an. Lernen lesen und schreiben. Lande, Blatter. Confringo. Hopp. Komm her. Ich hab dich gesehen. Oh mein, jetzt hab ich gedacht, jetzt öffnet das das Schloss. Na gut, wir schlösen's. Wir schlösen's. Wir lösen's auch manuell, wollte ich sagen. Da, 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 da. Let's go. Das sollte ich untersuchen. Solltest du. Nochmal. Ich will nur wegen dem Hauch der Toten kurz mit dir spielen. Sonst hätte ich euch auch in Ruhe gelassen. Aber ich glaub, in Fieri zu sein, ist nicht so toll. Von daher ist es besser, wenn ich euch erlöse. Next one. Oh, da sind Schmetterlinge aufgetaucht. Wir gehen trotzdem erst zum Cave. Da, 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 da. Where is the cave? Where is the cave? We find it. Yeah, yeah, yeah. We need a pot, a pot cube. Cube, cube, cube. Give me a cubee, 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 cubee. Hab ich. Hoch damit. Volls hoch damit. Hallo. Nicht nur Accio, sondern Begardium Liviosa, bitte. Sag mal, wollen die mich veräppeln? Ich will. Danke. Ja, jetzt mach's mal hoch. Ich hab' manchmal keine Ahnung, warum das Wingardium Leviosa nicht aktiviert wird. Was brauchen wir denn dafür? Incendio. Incendio. Lass uns rein, lass uns rein. Sonst kriegen wir die Truhe nicht. Okay. Okay. That was nice. Incendio. Hä? Tor ist da hinten. Die Fackel ist da hinten. Können wir diese Fackel hier wegmachen? Nein. Nein. Jetzt find ich das schon wieder seltsam. Äh. Wir müssen hier was drauf machen, oder? Können wir hier irgendwas nehmen? Es gibt hier nichts zu nehmen. Außer da hinten die Fackel. Aber was bringt mir das, wenn ich Incendios wirke? Ich glaube, ich hab' das Spiel geschrottet. Habe ich das Spiel geschrottet? Ach du Scheiße. Das gefällt mir jetzt grad gar nicht. Ich glaube, wir sollten uns nochmal kurz porten. Ich glaube, wir sollten uns nochmal kurz porten. Ja. Sagen wir's so noch. Es ist nicht abgestürzt. Ich muss ja wissen, wir brauchen den Cube. Das ist schon mal Fakt. Wir brauchen dafür Incendio. Dann denke ich ja eigentlich auch, dass es da hinten gebraucht wird. Und dann können wir einfach das hier mitnehmen. So. Vielleicht jetzt wir mitnehmen. Ich glaube, das geht. Ich glaube, der hier tut doch auch... Äh. Aber der hier tut doch auch... Ich kapier's nicht. Das wird voll der Fail-Part wieder. Jetzt ist es hier. Das bringt mir jetzt halt auch nix, ne? Ich muss doch einfach nur da durch. Und hier ist da jetzt nix. Es hat sich nix verändert. Jetzt ist immer noch nix. Ich habe ja keinen Wasserzauber. Ich kann das nicht löschen hier. Was könnten wir machen? Hier bringt's nix. Nö. Eindeutig nicht. Wir probieren es jetzt einfach durch. Nichts. 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 Hm. Sollen wir es verwandeln? Einmal? Ich muss es auch, glaube ich, bei mir an. Dann wird es hier. Ich muss eben auf, glaube ich, bei mir ein pillows. Denken. Ich habe, wenn ich noch nie. Ich muss nicht da sein. Ich muss auch, glaube ich. Und jetzt da sein. Und da du mit, oder? Wach fornommen. Ich muss nicht da sein. Damit kann ich da sein. Oh, ich glaube ich... Ich muss nicht drauf. Ich muss ich nicht da sein. Hä? Oh Gott, dieses Cave. Okay, man muss das einfach nur löschen. Dafür habe ich jetzt sage und schreibe über 10 Minuten gebraucht. Es tut mir leid. Ich bin davon ausgegangen, die hintere Schale irgendwie anzünden zu müssen, weil sie wurde mir ja blau erleuchtet. Ich weiß nicht, wo ungefähr, aber ich glaube, hier ungefähr waren die Schmetterlinge. Kommt das hin? Ne, hier oben. Wohin? Wohin? Zeigt es mir, Leute. Nicht zu weit, bitte. Weil es war jetzt schon stressig genug. Und wenn möglich, dann kein Gegnerhorden vorbei. Okay. Das ist nett. Dankeschön. Und ich habe wirklich gedacht, wir kommen richtig gut voran. So, last Cave auf der Seite. Bitte, bitte, bitte lass es ein leichtes sein. Ich hasse es immer, wenn es den Part sprengt, wenn man was erwartet. Und die Erwartungen werden sowas von über den Haufen geschmissen. Das sieht aktuell recht einfach aus. Schauen wir mal. Seid ihr Gegner unten oder oben? Ah, die sind oben. Das hieß der. Das lief zumindest, meint sie, nicht gut. So. Kommen wir da noch rüber? Kommen wir bestimmt, oder? Ja, klar, ich kann mich ja porten. Handbuchseite. Einmal den Berg nach oben. Da gibt es eine schöne Aussicht. Reveilio. Hi. Oh, habe ich mich gerade erschreckt. Peruanisches Instant-Finsternispulver. Dieses Pulver, das aus Peru stammt, erzeugt in der Luft verstreut eine undurchdringliche Dunkelheit, die den meisten Lichterzeugungszaubern widersteht. Die Erschwinderinnen haben es genutzt, um die umliegenden Gebiete heimlich zu bestehen. Okay. So, jetzt ist die Frage, ist das hier ein Lager gewesen? Ja. Das Lager kriegen wir aber noch nie und nimmer noch durch. Zwei Caves hier. Also Leute, dann gibt es Nebenaufgabenpart Deluxe das nächste Mal auch noch. Ich warne euch aber vor, also wir machen jetzt das Lager. Machen dann hier eins und zwei. Merlin Rätsel auch irgendwann. Und gehen dann nach hier hinten. Alte Magie, Merlin Rätsel, Banditenlager. Ich gebe nicht auf, wir machen die Karte. Bis dahin. Habt einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Tschüss.